Alles klar, ich danke Ihnen für das Gespräch und wir wollen jetzt unseren zweiten Gast hinzuholen, auch ein Bestsellerautor, obwohl er als Autor vorher in seinem Leben noch gar nicht auffällig geworden ist, sondern nur als Kabarettist und Musiker, hat ein famoses Buch geschrieben, Paris, New York, Alteiselfing. Begrüßen Sie bitte den großartigen bayerischen Kabarettisten Hannes Ringelstädter! Der Hannes. Der Hannes Ringelstädter. Hannes. Hannes Ringelstädter. Morgst du was trinken? Claudia, darf ich dir dein Wieschen geben? Ein Wein? Sehr gerne. Das passt eigentlich sehr gut, dass du jetzt in der Kombination auch da bist, weil es geht ja um Erfolg und es geht um diesen Popcorn-Effekt und wir kennen uns jetzt auch schon lange und ich habe das Gefühl, dass dieser Popcorn-Effekt, wenn man ihn so nennen will, bei dir vor ungefähr vier, fünf Jahren eingesetzt hat, wo du so plötzlich so raufgeschossen bist. Ja, ohne Popcorn halt. Aber Effekt, viel Effekt, wenig Popcorn. Aber hast du jetzt eine Erklärung dafür, warum du jahrelang etwas machst und dann machst du in Wahrheit genau das Gleiche und plötzlich schießt das so nach oben? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es auch ungerecht, ich finde es auch scheiße. Ich finde Popcorn ab 20 eigentlich geil. Ich weiß nicht, warum ich warten musste bis fast 40 vom Reiterer. Bei mir war es so... Sag ich Claudia? Claudia. Ja, ich sag mal, man muss sich fragen, ob man Claudia sein kann. Claudia? Ja, manchmal ist das Leben nicht fair, aber ich finde es okay. Besser mit 40 als nie. Aber Claudia ist kein so schlimmer Name, finde ich. Warum ist Claudia ein schlimmer Name? Achso, weil du sagst, das Leben ist nicht fair. Achso, nein. Weißt du, was Claudia heißt? Claudia ist das sein und heißt die Hinkende. Die Hinkende, ja genau. Die Hinkende? Lieber Hannes, dieses Buch hier, ich habe reingelesen, weil ich es erst so kurzfristig bekommen habe, war begeistert über die Amüsanz dieser Sätze. Du schreibst über 25 Jahre auf Ochsen-Tour durch die Provinz. Ja. Ja, du warst, steht zumindest hier früher Rockmusiker. Genau. Du bist immer noch musikalisch unterwegs, auch bei den kabarettistischen Programmen, greifst die Gitarre und singst. Aber früher waren deine Heroes Reinhard May, Johnny Cash. Qualtinger. Qualtinger auch. Pumuckl. Echt? Pumuckl fand ich geil. Pumuckl ist ein Anarchist, glaube ich, in Wahrheit. Ja. Also irgendeiner, der nicht bestraft wird, was ich super finde. Das ist eigentlich meine politische Message als Kabarettist. Ja. Rausgehen, Scheiße bauen und nicht dafür bestraft werden. Das finde ich auch gut. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, in dem Land wird es noch besser funktionieren als bei uns. Ja, und du kennst Österreich ganz gut. Du bist sehr viel in Wien. Woher kommt diese Affinität zu Wien? Was gefällt dir so bei uns? Also ehrlich, ich habe festgestellt, dass es mir, ich glaube, es gibt diesen Donauraum tatsächlich als Leute, die sich etwas zu sagen haben, so an der Donau entlang. Ich habe aber auch festgestellt, dass mir für Wien die Kondition fehlt, alkoholisch gesehen. Ich packe es nicht. Ich kann gut ein paar Tage hier sein und so und dann muss ich aber wieder... Ja, aber entschuldige, im Vereinsheim und im Lustspielhaus, wo du ja auch zu Gange bist und wir haben mit dir schon... Wir haben getrunken auch schon. Ordentlich getrunken. Wir lagen beide am Boden und wurden mehr oder weniger mit dem Besen rausgefegt. Richtig, Herr Störmann hat uns ein Taxi... Ach so, ja. Aber was genau passiert ist durch mich. Soll ich mir nicht drüber reden? Nein. Aber ich finde, es war ein bisschen Liebe dabei zwischen uns und bei uns war es nur Sex. Aber es war beides schön. Ja, echt, war es so? Aber ich glaube, dir hat es besser gefallen als mir. Ehrlich? Dann hast du mich also angelogen. Ja, ich habe dich damals... Meine Augen sprachen eine andere Sprache. Ja, aber meine Augen lügen. Aber Hannes, erzähl mal über die Ochsentour durch die Provinz. Als du noch nicht durchs Fernsehen so hochgespült worden bist. Genau, ich hatte halt eine Band und mit der waren wir halt 13, 14 Jahre unterwegs. Schinderhannes. Genau, unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich. Ja. Und wir haben überall gespielt, wo eine Bühne war. Und zwar gab es schöne Momente, weil mein Highlight an Scheitern war, dass wir wohin kamen. Ich glaube, es war Grottenmühl bei Rosenheim. Und wir kamen da hin. Wir haben gesagt, rein in diese Kneipe. Wir hatten einen 7,5 Tonnen mit dem ganzen Equipment. Und ich gehe da rein und denke mir, ich frage jetzt mal, wo die Bühne ist. Gehe da rein, dann kommt der Koch aus der Küche. Und ich frage, wo ist denn die Bühne? Weil wir sind die Band. Und dann sagt er, da spielt Heiko Band. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wir haben einen Vertrag, das volle Programm. Ich habe nichts gehört von einem Vertrag. Ich schmopp. Und dann schaue ich über diesen Tresen. Und dann liegt unten in dieser Ablage, liegt unsere Plakatrolle jungfräulich. Aha. Sie haben sich mal aufgehört. Ich denke, Sie haben sich mal aufgehört. Und so ging es eigentlich über viele Jahre. Aber wie hast du das durchgehalten? Alkohol, Drogen, Depression. Also ich finde, für mich war es eigentlich am wichtigsten, dass ich so diese Niederlagen auch durchlebe. Das ist ja das, was Frau Reiterer auch sagt. Man muss es durchleben und sozusagen als Stehaufmännchen weiter dabei bleiben. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich kann wirklich nichts anderes wirklich. Also entweder muss ich halt immer jobben, irgendeinen Schmarrn machen. Hast du Nebenjobs gehabt zu der Zeit? Ich habe fast alle Jobs gemacht, die es gibt. Ich habe in den Lkw gefahren, ich habe in Kneipen gearbeitet sehr lange. Du warst Roadie? Ich war Roadie, sehr erfolgreich. Wolfgang Ambras, oder? Nein, da waren wir ja Vorband. Entschuldigung, wenn ich Sie korrigiere. Roadie war ich bei Jerry Lee Lewis zum Beispiel. Genau, kommt auch vor, die Geschichte mit Jerry Lee Lewis. Extrem, also das war echt krass. Also der hatte ein starkes Alkohol- und vor allem Kokainproblem. Kokainproblem, ja. Richtig. Und dann kam der mit dem Flieger, wo wir da waren. Und dann kam er rein, hat sich Unmengen von Kokain in die Nase geblasen. Das hast du gesehen? Ja, gesehen. Nur gesehen. Und hat Whisky draufgetrunken zum Runterkommen, nehme ich an. Und ist dann an der Bühnenkante gestanden und sein Manager war dabei. Und dann sagt er, so, it's getting started, come on. Und dann sagt er, stand da und sagt einfach, I don't feel rock'n'roll today. Und geht wieder. Na. Und flog wieder weg, völlig drauf und 5000 Hilly-Billy-Rocker haben die Halle zerlegt. Aber solche Einzelspreisung. Das ist aber, das sind Weltstars. I don't feel rock'n'roll today. Das macht Barbara Stöckel nicht, oder? Aber hättest du ihn gerne in dieser Situation interviewt für dein Buch? Hunde, fangt, ist Barbara Stöckel. Eine sehr gute Talkerin im ORF, eine sehr nette Frau. Über was spricht die? Ja, nicht über das, was Jerry Lee Lewis gesprochen hat. Über alles eigentlich. Ja, ja, fantastische Frau, wissen wir uns ja eh alle einig. Aber nicht sehr kokainaffich. Du, und dann bist du aber irgendwann, bist du irgendwann, hast du das Kokain sein lassen, quasi als Roadie und bist auch aufs Bühne gegangen, um dort was zu erzählen, um zu reden auf einer Bühne, quasi Stichwort Kleinkunst. Und mit dem bist du jetzt eigentlich so derartig reüssiert, hast du reüssiert. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt da aus deinem letzten Programm, glaube ich, und da geht es um Wellness und um deinen Körper, den ich ja sehr gut kenne. Kleiner Ausschnitt. Hannes Ringelstädter. Hannes Ringelstädter. Heute füllst du Zirkus Krone. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da reinpassen dann, aber... Zwei. Zweitausend. Ja, fantastisch. Darf ich sagen, dass ich total aufgeregt bin heute? Ja. Bin ich. Weil du neben mir sitzt. Weil das Lustige ist, dass in Bayern als Künstler ist diese Sendung der Place to be. Wirklich? Ja. Und kaum einer wird eingeladen. Doch, der Mittermeier kommt jetzt wieder. Und deine Freunde... Nein. Sportfreund, die Spieler waren hier. Bei mir ist es aber umgekehrt. Ich muss sagen, bei mir ist es umgekehrt. Ich bewundere immer die bayerischen Kabarettisten. Also sowas wie Valentin oder Gerhard Polt. Oder auch eben Monaco-Franze. Was du siehst. Dieser bayerische Humor hat meiner Meinung nach sogar noch ein paar Meter dem Wiener Humor voraus. Ich finde das so lustig, weil wir wirklich gegenseitig offensichtlich diese Bewunderung legen. Also bei uns ist Harder, Dorfer, das sind die Kings und die ganze Ausdruck-Pop-Nummer. Die werden überhaupt nicht eingeladen, nein. Aber wie der Gerhard Polt hier war, da war Aufregung. So habe ich dich überhaupt noch nie erlebt. So unterwürfig. Unterwürfig, unterwürfig. Ja, er hat sich vorher die Haare geschnitten wieder. Bei Gerhard Polt war das genial, weil Gerhard Polt war. Der geht ja nicht oft in solche Talkshows. Und dann haben wir ihn gefragt, du kriegst ja sicher auch, oder sie kriegen doch sicher auch sehr oft so Einladungen. Dann sag ich immer, ja, wann ist denn das? Am Sonntag? Ja, da kann ich nicht, weil da habe ich frei. Nein, aber das ist ein Gott für mich. Also mit dem habe ich seit ich 15 bin, habe ich den aufgesogen. Bei mir war es so, dass meine allererste Parodie, die ich gemacht habe in meinem Leben, war, ich hatte Gerhard Polt-Kassette. Die habe ich auswendig gelernt und habe sie dann auf Verwandtschaftsfeiern mit Neuen vorgetragen. Was allerdings nicht gemacht hat, ist, dass ich dazu gesagt habe, dass das eine Polt-Kassette war. Das heißt, alle Verwandten haben sich gedacht, der Typ hat es definitiv nicht mehr alle. Und habe erst viel später dann bekannt gegeben, dass das Gerhard Polt war. Aha. Aber für mich ist er schon der bayerische Gott des Kamerates. Absolut, er war nicht nur der bayerische Essen, er war der deutschsprachige Gott des Kamerates. Und hast du jetzt, hast du jetzt... Doch, wie ist er, Loriot, Gerhard Polt, wen gibt es denn noch? Ja, für uns ist, also für mich, für mich ist es Qualtinger, Qualtinger, Kreisler, Hader, würde ich schon sagen. Echt? Also Polt schon auch, Otto nicht. Otto nicht. Obwohl, Otto auch. Mike Krüger? Auch. Aber wir sind es alle. Ich bin ein Mann, der allen Teams die Daumen drückt. Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt jetzt. Und dann hat am Stand nebenan, hat Mike Krüger Autogrammstunde gehabt, wo sehr viele Menschen waren. Ich hatte nicht mal eine Autogrammstunde. Und ich habe einen Lachanfall bekommen, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Der nennt echt sein Buch Mein Gott Walter. Nach 35 Jahren Mein Gott Walter? Das finde ich krass. Das wäre so, als würde Otto Wahlkass jetzt ein Buch nennen. Einen Kleinhirn an Großhirn. Was wäre dein größter Erfolg in deinem Leben? Wie würdest du dein Buch nennen, wenn du jetzt, also kein Roman, sondern ein Buch über dein Leben veröffentlicht würdest, und du müsstest es nach dem größten Erfolg eines Lebens nennen, was wäre das? Christemann müsste es dann heißen, wahrscheinlich. Oder wie hieße das Buch? Hast du... Redest du noch mit mir? Ja, ja, klar. Wärst du abgekanzelt von dir? Nein, entschuldige, gar nicht. Aber weil wir Gäste heute haben, dachte ich, dass diese Gäste uns beschäftigen. Lieber Hannes, hast du eigentlich, nachdem du ja lange Jahre nicht erfolgreich warst und jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich bist, Gott sei Dank finde ich, ich freue mich darüber sehr, hast du Angst, dass du wieder zurückfällst? Oder ist das irgendwie auch egal, weil du alles schon, weil du beides kennst schon? Was hilft, ist, dass wenn man sehr lange Zeit gewohnt war, ohne Geld zu leben, dass es mir, glaube ich, nicht schwerfallen würde, da wieder hinzukippen. Das wird gehen. Von der Eitelkeit her würde es nicht gehen, definitiv. Bist du sehr eitel. Ja, ich bin halt schon... Merkt man so? Ja, merkt man, merkt man. Ich versuche mich halt irgendwie schon so understatementmäßig zu geben, weil ich gehört habe, das kommt irre gut an. Ja, aber das gelingt dir nicht so richtig. Mir gelingt es gut. Gehe ich zu dick reiten? Na, es geht schon noch. Aber Frau Reiterer wundert sich auch. Jetzt sei enthemmt. Bin ich? Soll ich? Nein, nein. Ich würde gerne tanzen mit Frau Reiterer. Nein. Sie ist Dancingstar. Ja eben, sie ist Dancingstar. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, tanzen, weil wir langsam zum Ende kommen müssen. Wie, das war es schon? Das war es schon. Ich darf Ihnen empfehlen. Bitte lesen Sie. Hannes Ringelstätter, Paris, New York, Alteis und Fing. Großartiges Buch. Und hier, das große Buch von Claudia Reiterer. Der Popcorn-Effekt. In der nächsten Woche, meine Lieben, Toni Meles und Thomas Maurer. Und jetzt erleben Sie den Dancingstar Claudia Reiterer und Hannes Ringelstätter tanzen. Bis zum nächsten Mal. Wie schön ist das denn? Machen Sie es gut. Schönen Abend. Drei, vier. Ja, yay. I love your smile.